Pass auf, die Huten eigentlich doch schon sind bei uns Hallo Und? Was ist denn da? Hey und herzlich willkommen zur siebten Folge von Barbaren Mario 2 Hey Yo, wir versuchen gleich direkt Wie haben wir da früh vor? Hey Connection Run Du musst refreshen einmal Was rief? Refreshen Refresh klicken So regleit doch Also ob das wirklich hilft? Das hilft ja Ähm, ich hab zuverritten sie da, Philipp Ja Ich hau doch die Brot anz und Brot anz Und Brot anz gleich weg, gell? Brauchst du was davon? Ich schau nicht dann an die Schuhe, außer du hast Schuhe Dierschuhe für Ich hab Dierschuhe für dir Ich schaff's nicht Philipp, ich hab dürfen keine Zeit verschwenden Schau, nimm einmal dir die Schuhe von mir Brauchst du Brot anz halb? Nein, gell? Hast du Ah, du hast das für einen halben Bass, das brauchen wir auch nicht mehr Ja Komm mit Ja Das ist minus 400, 3 rum Minus 3 rum Ja, ok So Und die sind Auf dem Server und Schlitzenlocke Schlitzenlocke Haben dir schon was geschrieben, schau jetzt Gruß von Vata Wir gehen falsch ein bisschen Ok Warum steht da Ups Ich schau grad, wie kommen wir zu minus 400 Die Richtung? Na Die Du zahlst auf Warum zahlst du auf, Philipp, wenn wir in die Richtung rein? Achso Wenn wir in die falsche Richtung, anscheinend Anscheinend ist das doch ein bisschen so So ist es ja, so ist ziemlich gut Glaube halt, Philipp Alles verbraucht Essen mit dir Ich versuche mal das Essen zu essen, was ich nicht so früh hab Ja, damit ich im Fein dann mehr hab Wir haben viel Zeitschritte ein bisschen, leider Ah, doch, das ist doch geschafft Gut Ähm, wir schreiben denen erst später, dass die circa minus 300, minus 300 kommen und so, gell? Mhm Hast du schon eine Axt nah, gell? Ah, das ist in der Kiste Okay Minus 400, haben wir gleich geschafft Müssten eigentlich eher So ein bisschen Na, schau, dass da geworden ist Hä? Schau, dass da geworden ist Ja, warum? Ich hab schon viel, fast so ein Flores Was, echt? Das ist gut, so was du da machst Wir rennen ein bisschen außen rum Ich zeig mir, wo du Mops siehst Eh, nein Ja Da ist aber ein Schweinchen Und da Was mit ihm? Da oben auch Da rechts auch Und da auch Und da auch links mit mir auch 400 passt schon, wir müssen da nur noch grad aus, gell? Ihr rennt nur grad aus, falls du wissen wirst Ja Ich weiß noch, wo wohin Ich renne noch grad aus Von Da wo ich Minus 300 Minus 300 ist was? Ja Ja, fuck minus 300 Ja, weil die X-Koinate stimmt schon Da musst du auch grad aus Schaffst du das? Schaffst du? Ja 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 So, jetzt sind wir schon langsam da Ich lasse die ganzen Mops dir, gell? Obwohl das eigentlich auch brauchen wird Ja Warte mal, ich geh da neben vorbei Ich geh da neben vorbei Ich geh da neben vorbei Ich hoffe ich finde die Kiste Ich glaub da oben soll sie sein Wir haben erst 3 Minuten verbracht für dich, das ist gut Hab du noch Äpfel Ja Wie viele Gaps hast du? Ja Alter, ich gebe die Kiste Das ist gut Ähm Ich lauter einmal ein, was wir nicht brauchen Schalltereich wird Schalltereich, Bücher Leder Wasser, Eimer brauche ich Essen brauche ich, das brauche ich nicht Lederzucker auch. Das brauche ich auch. Stone Eggs braucht keiner von uns. Stone Shovel. Ich hole mir da 1, 2, 3 raus. Ich crafte mal. Es lag gut wie mir. Jetzt bei dir lag es nicht gut. Philipp. Achso, ich habe einen Bock, dass ich die Items nicht einziehen kann. Ah, Bridge ist scheiße. Willst du das tun? Ja. Bridge ist scheiße. Abbauen fällt mir gerade absolut lieber woanders abbauen. Ja. Oh, ich baue auch anders drauf. Das hat weniger Wahrscheinlichkeit, dass das Äpfel droppen ist, weil ich das richtig im Kopf habe. Ich baue da gerade auch das weiter abbauen. So, wir brauchen noch 5 Äpfel bei optimal, glaube ich. Ja. Das sagt noch gar nichts, oder? Ja. Okay, das ist gut. Level 7. Du solltest jetzt sicher gleich stark sein wie ich glaube. So, wo sind die Server? Die Kiste? Ja, die Server muss man schauen. In der Kiste? Wo finde ich die? Da wo wir sie hingestellt haben, oben. Ganz oben. Wenn du nicht weißt, die Kiste ist ja verzweifelt. Ja? Ja, da hast du keinen Überblick mehr. Ich kenne die ganzen Häpfel aus. Und ich sind ja schon zweimal hin und her gelaufen. Bitte, das kann natürlich sein, dass die mich suchen, oder? Mhm. Wo? Wir haben noch Zeit. Soll ich mal minus 100, minus 100 schreiben? Schreib mich ein, 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 schreib mich ein. Soll ich hier minus 100, minus 100 schreiben? Wo ist der Ambus? Da sind 2 drin. Zwei Armbäuser. Die sind 2 rechts rechts, die zweite Zahl, das sieg ich sogar von da. Ich weiß, du bist echt blind. Das kostet 12, Alter. Ja, ich weiß, das kostet so viel, habe ich ja gesagt, das kostet fix mehr als 7. Oh, das ist, glaube ich, hier. Ja, genau, das kostet mehr. Ja, egal, mach Äpfel, bitte, bitte. Alles, was wir brauchen ist Äpfel. Also, wenn du zwei Schatten ist, drei Schwerchenfüßen, wie geht es an, oder? Oh, scheiße. Kannst du mit Eis reparieren versuchen, oder mit einem normalen Schwert, ich weiß nicht, ob das gut geht. Das geht, ja. Da ist ein Äpfel. Sag mal, geh halt Apfel abbauen. Soll ich minus 100, minus 100 sagen? Wisst du was? Aber nicht, dass die die uns dann abholen. Ja, wir haben ja noch ein bisschen. So, dann gehen die alle hin. Ja, die da sind, nein, die Bridge nicht. Okay. Ich habe einen Gap schon, wir kennen eh nur, wieviel Eis noch ein Gurt haben wir insgesamt? Oder hast du noch Gurt gehabt? Ja. Ja, dann brauchen wir 5 Äpfel, dann wäre das perfekt, Philipp. Wir haben noch 8 Minuten, das ist nicht so stressig, wir kommen in 3 Minuten bis zum Spawn, glaube ich. Bisschen Stress-Time immer. Nein, passt alles. Ich fülle noch viel Schwert. Ich bin überblickend, wo ich überhaupt bin. Apfel, kein Apfel, von mir ist kein Apfel, siehst du, hast du Jean, na, warum leider, du weißt an, wo ist ein Apfel, bei mir, wo ist bei dir, wo ist bei mir, so wo ich vorher abgebaut habe, weißt du das ist, gut, sag ich euch die Cords, 3, minus 340, minus 340, gut, als ob du mit Cords schneller bist, ich bin mit Cords eh eher nicht so schnell, Bier mal mit anzünden, wir haben Regen, das heißt, das Ding bringt wir nicht, Schwert, bist du bei mir in der Nähe, weißt du nicht, die die Cords durchgeben, wir brauchen Apfel, weißt du, sind da, ja, wir brauchen noch 3, wie viele Apfel, wie viele sind da, schreiben sie, 5 Minuten, easy peasy, so wie minus 300, minus Ding schreiben, dann sind sie fast bei uns, dann haben sie wenigstens was zu tun, mach Philipp, ich finde keine Ahnung, leider, du hast Apfel, das war, das ist gut, Apfel, äpfel, zinta, Philipp, wie macht man das, 5 Minuten, das ist ja noch, bisschen, wir müssen da ein bisschen Apfel farmen, aber macht nichts, da ist er hin, noch einen Apfel habe ich aus du schon, das tropft man die gar nicht, 3 schon, waren noch 2, ich sag's denen mal nix noch jetzt, Potion, was, ich habe schon sehr viel Potion gegönnt, Heal 1, 2, eben noch ein Apfel, andere brauchen wir noch, nur Heal 1 und 2 sofort erlaubt, die haben Potions, Philipp, toll, Entschuldigung, ich hab gerne gemelt, aber es schließlich viel dich, mittlerweile gibt es dir eine der Nr, 2 und 3, 1, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 2 … passt kommt kraft und zu druck zuck ok das ist genug um zur kiste zur kiste ist es okay ok meine güte schlash warro player dürfte den zuschauen wie hast du denn wirst du es der alte Haus hat mich ergeschickt der alte Haus hat mich ergeschickt strike ist entfiend sind items in zwei levels bauer 2 brauchen wir Oh ja, Martin. Bauer 1 Punkt, danke. Haber war erst am Fall. Ich 2 war zu uns. Kannst du da bitte nicht Oris einschmeißen? Kannst du da Apfelcraften? Ähm... Zeig... Screen, was du Oris hattest. Das kann ich dir da aufsetzen. Das geht auch nicht, oder? Das fällt noch gut für... Willi, wie machen wir das? Was? Zeig 1, was? Ja, wir müssen. Danke. Ich hab jetzt 4. Mhm. 200 Braten. Als wenn es in der Braten ist. Sind unsere Öfen? Bitte Öfen. Sehr englisch. Äh... Was kommt denn? Ich weiß. Wir machen das noch der Folge. Aber Philipp, wir geben uns Minuten. Gibt ihr Minuten? Wir machen das am Server jetzt da. Deshalb brauchen wir die Minuten. Schleisch. Schleisch. Warum? Set. Time. Dragolex. 33. So. Wir haben keinen Stress mehr, aber das müssen wir jetzt klären, weil das ist echt behindert. Wir werden wahrscheinlich jetzt mal da Cut setzen, oder? Ja. Gut. Dann bis später. Tschüss. Tschüss. Hey und herzlich willkommen. Jetzt geht es wieder weiter. Es hat ein kleines Problem gegeben. Das erkläre ich später, da das eh jeder mitkriegt. Philipp, wir haben nur noch 4 Minuten haben wir uns jetzt gegeben. Du hast ja alles drin. Darf ich noch eine Unzahl für? Na, ja. Keine Ahnung. Noch was. In den Minuten. Ähm. Ich schau noch, ob ich was zaubern kann. Auf geht's, die Luzi. Mmmm. Char 1 kann ich machen. Bringt uns das was. Die Gäste, glaube ich, was. Er hat einen Strike gekriegt, weil der Ertrank nicht gegangen ist, der er es eigentlich gerne hätte sollen. Also, das wäre... Gehen wir es an Philipp? Ja, aber ich habe noch 12. Na, komm. Kommen. Fast alles? Fast alles, oder? Kommst du? Es sind nur noch 3 Minuten bei uns. Kannst du es noch machen? Na, komm jetzt! So will ich es Ihnen anders sagen? Minus 300? Ja. 300, Minus 300? Aber ich fand... Ah, das ist schon fast. Wurscht, komm. Ja, ich komme jetzt. Wie ist das denn noch? Ja. Oh, geil. Dann kommen wir mal zur Kiste. Ja. Also ruhig, feit mir das, oder? Ich habe nur einen Schuss leider. Wieso bleibst du aus dem? Hier. Liefen. Echt? Hm. Wir tun Regapen, gell? Hier noch 2 Minuten, dann fliegen wir raus, gell? Und es bleibt dann dabei. Ja. Ja, ich bin da bei der Kiste. Ja, komm. Und du bist? Ja, da vor dir. Was? Minus 300, Minus 300. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das ist. Auf jeden Fall 300 ist eher da. Eigentlich ist es da unten. Pass auf, das sollten eigentlich da schon sein. Und von uns. Ja. Und? Was hast du denn da? Ja. Willi, das ist Baumfreiheit. Stehst du auf sowas? Ja. Wir gehen da hinten, was offener Falt. Ja. Ist das da? Mhm. Oh mein, ich kann nicht sehen. Das auch, gell? Bleibst du bei mir? Ja. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Was sind sie denn? Ich weiß nicht. Hier. Bist du in mir? Mhm. Ja. Wo sind sie? Go schreibt er, gell? Ja. Dann bleibt er beim Wasser. Bleib beim Wasser. Komm hier. gut. Ja. Ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Aber das ist gar nicht so. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Renn weg. Ja. Ich muss gappen. Die gappen. Renn weg, renn weg. Da ist anders gestockt gerade. Die sind hinten. Die sind hinten. Ich bin hinten, Alter. Die waren so gut. Ich wollte auf die kurz aufpassen. Ich hätte einfach drauf gehen sollen. Der fight war von ihnen eigentlich sehr gut. Wir haben zwar gedacht, wir fighten am offenen Feld. Macht aber nichts. Meinen ersten Gap hat es leider auch nicht ganz genommen. Das habe ich leider nicht mehr gesehen. Dadurch habe ich zu wenig Leben gehabt. Um dem Philipp dann helfen zu kommen. Und dann würde ich aber sagen, GG. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Tschüss. 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 Tschüss.